Heute bei CarManiac die Investitionsempfehlung schlechthin, nicht Bitcoin, sondern Photovoltaikanlagen. Ich nehme euch zu mir mit nach Hause, wo eine Photovoltaikanlage verbaut wurde, um zu zeigen, was kann die eigentlich, wie viel Sinn macht das. Dann sprechen wir mit einem Mann, der uns die Frage beantwortet, wie wir eigentlich dieser Flut von Elektroautos gerecht werden sollen, was das Thema Laden angeht. Und ich habe eine meiner persönlichen Elektroautosensationen dieses Jahr getestet mit Rennfahrerin Laura-Marie Geißler auf dem Testtrack, nämlich den Kia EV6 GT 585 PS. Das wird also heute sehr, sehr spannend. Applaus auch für Axel, hier around Munich, hier bei CarManiac. Schön, dass ihr mit dabei seid. Benzin, Gas, Diesel, Strom, alles wird teurer. Das ist wirklich momentan eine schwierige Situation und man hört immer mehr so das Wort Photovoltaik. Ich habe mir gerade zufälligerweise eine Photovoltaikanlage verbauen lassen und habe mir gedacht, das nehme ich doch direkt mal mit für meine Zuschauer, um aufzuzeigen, ob sich so eine Investition lohnt und was da eigentlich die Voraussetzungen sind, vor allem baulich oder wohnlich. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt mal mit diesem Thema. Heute ist es endlich soweit. Ich bekomme meine eigene Photovoltaikanlage aufs Dach montiert. Und dafür gehen wir an den Ort des Geschehens, wo die Solaranlage installiert wird. Und ich werde euch alles erzählen darüber, was das kostet, was das überhaupt bringt. Also kommt mit. In Zukunft soll der Großteil meines Stromverbrauchs über die Sonne abgedeckt werden. Ich freue mich schon, mein Elektroauto über meinen eigenen Strom zu laden. Wann sich so eine Anlage lohnt und auf was ihr achten müsst, das zeige ich euch jetzt. Zwei Tage zuvor wurden die Vorbereitungen für die Installation der PV-Anlage getroffen. Wir haben hier eine Kernbuchung gemacht, einmal raus zum Lichtschacht vom Kellerfenster, weil wir außen an der Außenfassade runterkommen mit unseren PV-Strings und irgendwo müssen wir ins Haus reinkommen. Da haben wir uns in diesem Fall dafür entschieden, den Lichtschacht dafür herzunehmen und von hier aus rüber in den Technikraum die Leitungen zu führen. Zum Wechselrichter. Zum Wechselrichter, genau. Also wie ihr seht, sind auch Eingriffe an Fassade und Co. notwendig, Bohrungen, Kabelverlegungen, vor allem wenn ihr noch gar keine Starkstromleitung habt. Ich hatte ja schon eine. Damit die Kollektoren aufs Dach kommen, steht jetzt ein Gerüst am Haus. Damit am Ende wirklich aus dem Sonnenlicht Strom entsteht, braucht es unterschiedliche Komponenten. Hauptkomponente sind mehr oder weniger Photovoltaikmodule, das heißt die wirklich das Sonnenlicht in Strom umwandeln. Und dann eine weitere Hauptkomponente ist dann der Wechselrichter, das heißt es kommt vom Dach Gleichstrom runter, da muss in Wechselstrom gewandelt werden. Wie beim Elektroauto. Wie beim Elektroauto aus dem Akku, genau. Und dann ist noch die weitere Komponente, ja die Batterie. Also die Batterie, wo man dann den Strom speichern kann für die Zeit zum Beispiel während der Nacht. Wenn eben keine Sonne irgendwie Strom erzeugen würde, da kann man dann den Strom puffern und dann wiederum in der Nacht nutzen. Ich habe einen solchen Speicher mit 10,4 Kilowattstunden, aber unbedingt erforderlich ist er nicht. In der Vergangenheit sind viele, viele Anlagen ohne Batteriespeicher gebaut worden. Mittlerweile ist es so, dass eigentlich fast alle PV-Anlagen mit Batteriespeicher gebaut werden. Denn ohne Batteriespeicher kann man den Strom halt nur direkt verbrauchen. Das heißt eben, wenn die Sonne scheint, sollte man möglichst den Verbrauch im Haus haben. Das hat man ja eben in der Nacht nicht, sage ich mal, da scheint die Sonne ja nicht. Und deswegen ist es eigentlich fast Pflicht, dass man einen Batteriespeicher verbaut, mittlerweile. Die Kollektoren oder Module werden mit einer speziellen Vorrichtung aufs Dach montiert. Dafür müssen die Ziegel bearbeitet und angehoben werden. Der Haken wird dann am Dach sparren, also an der Konstruktion vom Dach verschraubt. Erst wenn die Haken richtig sitzen, kommt eine Querstrebe an die Haken und dann können die Kollektoren auf dem Dach montiert werden. Bei mir muss die Fläche der Gauben leider abgezogen werden. Ein Modul macht 405 Watt. Davon kommen jetzt 19 Stück aufs Dach. Das ergibt dann die 7,965 oder so KW-Pick bei dir auf der Dach. Maximalleistung. Maximalleistung. Unter Testbedingungen, damit es vergleichbar ist. Das heißt, wenn es vielleicht ganz kalt ist im Winter, dann erzeugt vielleicht sogar die PV-Anlage ein bisschen mehr Leistung. Weil diese Testbedingungen, das sind bei 20 Grad. Bei Kollektoren gibt es vom Hersteller immer eine Garantieleistung. Das heißt, die Anlage muss diese Werte auch noch bis zum Ende der Garantie liefern. Mit der Zeit bauen die Kollektoren nämlich ab. Wie eine Elektroautobatterie. Du hast eine Garantie, dass sie mindestens noch 80% der Leistung nach 25 Jahren haben. Die dürfen halt nicht mehr als 0,5% pro Jahr degradieren. 0,5% pro Jahr. Das ist wie beim Elektroauto, wo du die Elektroautogarantie hast. Meistens 8 Jahre 160.000 Kilometer. Das kann man hier so nicht sehen. Sondern in Jahren. Das heißt, in 25 Jahren hätte ich 12,5% Degradation. Bei denen jetzt. Richtig. Krass, gell. Warst du so gut in Mathe wie ich? Ja gut, du bist Ingenieur. Du warst wahrscheinlich besser als meine 5, die ich in Mathe hatte. Die beste Ausrichtung laut Berechnung der Firma liegt auf der Südseite. Eine PV-Anlage funktioniert auch Richtung Westen oder Osten. Allerdings muss dann mit Einbußen gerechnet werden. Bei neuen Anlagen kann das auch bis zu 30% bedeuten. Nordseite, bei so einem steilen Dach, macht es wenig Sinn, da jetzt eine Photovoltaikanlage zu bauen, weil der Ertrag über das ganze Jahr dann doch relativ gering ist. Also Perlen vor die Säue, weil man ja die Module, die Module sind ja eine der teuersten Komponenten. Module kosten die ganze Montageleistung. Das ist dann einfach vom Ertrag, den man hat, würde es die Kosten jetzt nicht unbedingt dann gerechtfertigen. Und wenn es ein flacheres Dach wäre, also irgendwie vielleicht nur 10 oder 15 Grad, dann würde man trotzdem von der Seite sogar draufkriegen. Dann kann man durchaus auf der Nordseite auch überlegen, ob man da was macht. Bevor man sich also für Photovoltaik entscheidet, sollte man genau nachrechnen, ob sich solch eine Anlage lohnt. Und was bedeutet das jetzt für mich mit meinem Elektroauto oder für jeden anderen? Jetzt sagen wir mal eine Batteriegröße von 60 Kilowattstunden, nicht unbedingt 108 wie beim IQS. Also jetzt kommt er nach Hause und ist leer. Was kann jetzt jemand mit einem 60 Kilowattstunden Akku mit dieser Anlage anfangen? Ja, man hat schon, man hat jetzt nicht Leistung im Überfluss. Dem muss man sich bewusst sein. Also du kannst jetzt zunächst erstmal deinen Hausverbrauch decken mit der Photovoltaikanlage. Dann eben auch den Verbrauch über Nacht von deinem normalen Haus. Und dann kannst du das, was noch drüber hinausgeht, also was du nicht nutzen kannst, direkt im Haus oder im Akku kannst du dann ins Elektroauto laden. Nicht verbrauchter Strom landet im öffentlichen Stromnetz, also beim Stromanbieter. Dafür gibt es sogar Geld. Allerdings ist das mit nicht mal 7 Cent pro Kilowattstunde nicht sonderlich viel. Viel schlauer wäre es natürlich, wenn du den Strom halt einfach im Haus noch mehr verbrauchen könntest. Also direkt verbrauchen, Eigenverbrauch machen. Lieber verbrauche ich es, als dass ich 6 Cent dafür kriege, weil das ist ja kein gutes Geschäft. Weil wenn ich es rausgebe, ins Netz einspeise, muss ich es ja wieder beziehen über die Stadtwerke und zahle dafür 50 Cent die Kilowattstunde, anstatt es selber aus der Sonne zu nutzen. Also kann ich mein Elektroauto laden, komplett kostenlos. Mehr oder weniger, genau. Mehr oder weniger, bis sich das Ganze letzten Endes amortisiert. Wie viel Strom eine Photovoltaikanlage liefern sollte, ist immer individuell. Beim Vergleich von Angeboten muss auch die Qualität der Anlage beachtet werden. Die Garantie kann je nach Hersteller stark variieren. Es gibt Anbieter, die sogar mehrere Jahrzehnte auf ihre Module geben. Je nach Größe muss man zwischen 20.000 und 35.000 Euro inklusive Speicher und natürlich des Gerüstes rechnen. Also ganz grobe Hausnummer kann man sagen, so eine 10 kW Anlage mit 10 Kilowattstunden Batteriespeicher liegt eben irgendwo auch bei 30.000 Euro. Wie lange braucht das dann rechnerisch? Ich kann auch gerne in den Taschen den Rechner zücken, dass du mir sagst, wie wir das ausrechnen, bis sich das wieder gerechnet hat. Wenn man jetzt realistischerweise aber dann mit den 45, 50 Cent Stromkosten einfach rechnet, die man vom Versorger bekommt, dann hätte ich jetzt mal so geschätzt, dass man irgendwo bei 13 Jahren liegt. Allerdings kann sich das relativ schnell amortisieren. Vor allem, je mehr der Strompreis steigt. Wir wissen ja nicht, wo die Strompreise dann noch weiter hingehen. Also du bist halt einfach langfristig... Also in Deutschland so 3 Euro pro Kilowattstunde geht doch. Du bist langfristig schon mal unabhängig, echt, von den steigenden Strompreisen. Das kann dich einfach... Keiner nehmen. Das muss dich eigentlich fast nicht mehr interessieren einfach jetzt. Von dem her kann das auch schneller gehen. Vor allem durch die Nutzung des Solarstroms für E-Fahrzeuge zahlt sich solch eine Anlage ziemlich schnell ab. Die Kollektoren sind jetzt alle montiert. Nun geht es in den Keller. Nach der Werbung geht es weiter mit der Installation meiner Photovoltaikanlage. Dann sprechen wir mit Konstantin Schwab von Wirelane. Wie soll es denn weitergehen mit Elektroautos und dem Thema Laden? Je mehr Elektroautos, desto schwieriger das Thema natürlich. Und dann mein persönliches Highlight, abseits der Photovoltaikanlage natürlich, der Kia EV6 GT mit 585 PS. Ist das nur Marketing oder kann das Ding wirklich etwas, wenn man mal so ein bisschen das Auto in die Kurven legt? Das bringen wir in Erfahrung mit der Laura-Marie Geisler, ihres Zeichens Rennfahrerin. Also ihr merkt schon, reibenbleiben lohnt sich. Für alle diejenigen, die gerade erst zugeschaltet haben, ein wichtiges Thema an dieser Sendung ist heute das Thema Photovoltaik. Also Energie selber erzeugen mit dem eigenen Hausdach. Und was mir das schon an Energie gespart hat bei mir zu Hause, weil ich ja eine Photovoltaikanlage habe verbauen lassen und worauf ihr achten müsst, das seht ihr jetzt. Park 2 der Installation meiner Photovoltaikanlage. Das ist das Kernelement der gesamten Anlage. Hier wird gleich Strom von den Kollektoren auf dem Dach in den üblichen Wechselstrom, der aus der Steckdose kommt, gewandelt. Hier haben wir ja die Kabel von den Strings auf dem Dach. Wir gehen erstmal in einen DC-Überspannungsschutz. Der ist einfach zur Sicherheit da, wenn mal irgendwo Blitzeinschlag in der Nähe wäre oder so, wenn Spannung induziert wird in die Module, in die Leitungen, dass hier keine Schaden an den Geräten entstehen, der wird die Spannung dann ableiten. Dann gehen wir hier in den Hybridwechselrichter. Das heißt, der ist sowohl der Wechselrichter für die Module auf dem Dach, als auch für die Batterie, die angeschlossen ist. Damit wir auch nachts die durch Solar gewonnene Energie nutzen, habe ich einen 10,4 Kilowattstunden großen Batteriespeicher im Keller. Ich kann mich auch sehr schön sehen, dass die so modular aufgebaut ist. Also wir haben hier vier Blöcke mit jeweils ungefähr 2,5 Kilowattstunden. Und oben dieser graue Block ist noch die Battery Control Unit. Also quasi das Gehirn von der Batterie, wo auch die ganzen Anschlüsse dran sind, wo die Verbindung zum Wechselrichter da ist. Außerdem wird die gesamte Anlage hiermit kontrolliert. Um das möglichst optimal zu gestalten, dass man genau den Überschuss, den man gerade hat, im Elektrofahrzeug verwendet, braucht es eben dieses übergeordnete Energiemanagementsystem. Der nimmt sich im Prinzip auch über das lokale Netzwerk die Informationen vom Wechselrichter, weiß von daher, was wird gerade ins Netz eingespeist und kann dann gezielt die Wallbox ansteuern, dass die genau mit der Leistung lädt, was wir momentan Überschuss haben. Und noch ein sehr wichtiger Punkt, was ja bei dir auch ein bisschen ein Spezialfall war, du hast ja relativ viele große Verbraucher, du hast deine Elektrofahrzeuge, die mit der großen Leistung laden, du hast deine Sauna und eben nur einen 22 kWh-Ausanschluss. Das heißt, wenn jetzt mal Elektrofahrzeug Vollgas lädt, wenn Sauna läuft, wenn vielleicht noch der Herd läuft oder so, kann man da schon hart an die Grenze ran, was der Hausanschluss kann. Und um das auch nochmal zusätzlich abzusichern, können wir eben auch dieses Gerät einsetzen. Es würde dann eben auch dafür sorgen, wenn jetzt viele Verbraucher laufen und wir kommen an die Grenze ran, an die 22 kW, dass dann die Elektrofahrzeugladung auch ein bisschen runtergedrosselt wird, dass keine Sicherungen fliegen. Stichwort Lastmanagement, weil die Sauna zieht, was sie zieht, die kriegt also die Priorität. Und der, der flexibel ansteuerbar ist, eben das Elektroauto, kriegt dann sozusagen weniger oder gar nichts. Endlich, meine Anlage liefert Strom von der Sonne. Ich kann das auch über eine App sehen, was da gerade reinkommt und wie viel ich extern dazukaufen muss. Ich habe ja auch eine Wärmepumpe. Und wie ist da jetzt das Zusammenspiel zwischen der Photovoltaikanlage und der Wärmepumpe aktuell? Also aktuell ist es entkoppelt, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, auch über diesen Energiemanager die Wärmepumpe anzusteuern. Je nach Modell von der Wärmepumpe kann es entweder über S-Geräte passieren. Das heißt, man erhöht nur die Solltemperatur von der Wärmepumpe, wenn ein PV-Überschuss da ist, dass die mehr läuft. Es gibt da auch Wärmepumpen, die direkt über eine Modbus-Kommunikation angesteuert werden können, dass direkt die PV-Anlage bzw. der Energiemanager der Wärmepumpe sagt, ich habe jetzt 3,5 kW Überschuss, bitte lauf du mit 3,5 kW elektrischer Leistung. Ähnlich wie es bei der Wallbox passiert. Und genauso ist es natürlich auch möglich, wenn jetzt einer keine Wärmepumpe hat, aber trotzdem den PV-Strom zum Heizen verwenden will, dass man auch in einen Heizstab zum Beispiel den Überschuss reinschickt. Wir haben ja gerade gesehen, unten die Photovoltaikanlage produziert gerade knapp unter 6 kW ad hoc, die wir nutzen können. Und anstatt sie ins Stromnetz einzuspeisen, speichern können wir sie nicht, weil der Akku zum Beispiel voll ist, nutze ich natürlich die Sonnenenergie für mein Elektroauto. Aber da ja jetzt die Sonne und die Module nur in Anführungsstrichen unter 6 kW erzeugen, kann ich ja nicht die volle Ladeleistung nutzen von dem Auto, das kann 11 kW, weil sonst ziehe ich ja auch was aus dem Stromnetz, weil das Auto mehr kann als das, was ich gerade über die Sonne kriege. Also habe ich diesen Wallbox-Ersatz, weil meine Wallbox kommt ja noch, die hier jetzt dann dran gemacht wird, das ist mein Wallbox-Ersatz und den kann ich ja in der Ampere-Stärke einstellen, habe ich jetzt mal auf 8 Ampere gestellt, weil 8 Ampere multipliziert mit 230 Volt kommen wir raus bei so 1,8 kW mal 3, weil wir ja dreiphasig laden, sind wir bei ungefähr 5,5 kW und das deckt sich genau mit der Energie, die wir gerade von der Sonne kriegen. Und das heißt, ich lade direkt von der Sonne über das Kabel in mein Auto rein und zahle dafür 0 Euro. Zum Schluss noch der Pflegetipp. Wir haben hier Laub, wir haben hier natürlich auch Pollen und Schnee natürlich auch im Winter. Es gibt ja auch da sonnige Tage, aber wenn es zwei Tage vorher zugeschneit ist, dann stelle ich mir die Frage, wie soll ich das pflegen? Also ich habe irgendwie so ein bisschen Höhenangst, ich habe da jetzt keine Lust hochzukraxeln. Du hast ein sehr steiles Dach, der Schnee rutscht ab, taut ein bisschen an, rutscht ab, unten wird natürlich verschattet. Du hast aber mehrere Bypass-Dioden im Modul drin, sodass die praktisch von der Verschattung nicht den ganzen String vom Spannungslevel runterziehen. Also keine Sorge wegen Schnee. An sich reinigen die Modul ich sich selbst. Also es regnet mal drauf, dann wird es wieder sauber. Also ich fühle mich abgesichert bis zu meinem 57. Lebensjahr letzten Endes, jetzt mit 36, nein 25 Jahre hast du gesagt. 25 Jahre. 61. Lebensjahr, oder? Das ist doch schon beeindruckend, dass man mit einer relativ kleinen Anlage mit 7,7 Kilowatt Peak, ja durch die Gauben, ging nicht mehr an Modulen auf dem Dach, 88% Autarkie hat. Also wir sind zu 88% unabhängig vom deutschen Stromnetz tatsächlich. Und das mit einem Fünfkopfhaushalt, wo ja andauernd irgendwas läuft, Waschmaschine, Elektroautos geladen werden oder zumindest der Plug-in-Hybrid meiner Frau. Also das ist schon auf jeden Fall etwas Beeindruckendes und auch nachhaltig. Klar muss ich das Ganze erstmal amortisieren, das ist klar, aber rein energetisch ist es natürlich toll, weil es ist fast so, als würde es uns nicht geben als Verbraucher. Und wir können sogar noch das örtliche Stromnetz mit Strom versorgen. Das ist natürlich eine Ausbeute, über die mein folgender Gast nur müde lächeln kann, denn er baut nicht Photovoltaikanlagen auf so Dächer wie bei mir, nein, er baut ganze Solarparks und nebenbei baut er auch noch die Ladenetzinfrastruktur in Deutschland aus. Ein sehr spannender Gast, sein Name Konstantin Schwab von Wirelane. Herzlich Willkommen. Konstantin, du bist ja nicht nur jemand, der eine Sache macht, sondern du machst ganz viele Sachen. Verschaff doch bitte mal unseren Zuschauern einen Überblick darüber, was. Ja, das stimmt. Obwohl ich jetzt seit mittlerweile 20 Jahren als Unternehmer aktiv bin, tue ich mir nach wie vor etwas schwer, den roten Faden zu identifizieren. Ich habe irgendwann vor 15 Jahren mal angefangen, Solarkraftwerke zu bauen und habe dadurch kennengelernt, die Möglichkeiten kennengelernt, die erneuerbare Energien bieten. Habe in Italien, Tschechien, Deutschland eben diese Solarkroßanlagen entwickelt. Und damals wurden wir von allen eigentlich ausgelacht für das, was wir gemacht haben. Niemand hat das Thema ernst genommen. Energiewende war ein Modewort, aber es hatte keine Auswirkungen auf die Energieversorgung im Ganzen. Und was ich eben damals gemerkt habe, ist, dass eine große Revolution, ein großer Umbruch stattfindet und habe eben voll auf diese Karte gesetzt und bin dann über die Solarenergie eigentlich erst zur Elektromobilität gekommen. Vermutlich der Grund, warum ich heute hier bei euch sein darf. Und seit mittlerweile fünf Jahren baue ich eben Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Und es ist ganz schön zu sehen, wie diese beiden Welten jetzt zusammenwachsen. Die Energierevolution und die Mobilitätsrevolution und beides macht eben nur gemeinsam Sinn. Und an der Schnittstelle sehe ich mich mittlerweile eben zwischen Energie und Verkehr. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, da eine Rolle spielen zu können. Wie kommen wir jetzt mal, Tacheles reden, in Deutschland mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur voran? Ja, die Ladeinfrastruktur ist tatsächlich der Flaschenhals für die Elektromobilität. Das kann man mittlerweile, glaube ich, ganz klar sagen. Die Fahrzeugzulassungszahlen, die gehen nach oben. Die Industrie versteht, wie sie Autos in großen Stückzahlen produziert und verkaufen kann. Und was momentan eben fehlt, ist tatsächlich der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Warum ist es so schwierig, Ladeinfrastruktur zu bauen? Weil wir eben auf der einen Seite die Stromnetze haben. Das heißt, wir müssen Ladeinfrastruktur in die Netzarchitektur integrieren. Man darf nicht vergessen, die Stromnetze sind eben seit über 100 Jahren gewachsen und waren nie dafür ausgelegt, dort eben in großen Stückzahlen Ladesäulen hinzubauen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mal von der Kundenperspektive betrachtet das Thema, dass die Leute erstmal mit dieser neuen Infrastruktur umgehen lernen müssen. Wir kennen das ja alle, wir sind groß geworden damit, dass wir zur Zapfsäule fahren, den Zapfern reinstecken, tanken und dann weiterfahren, an der Kasse zahlen. Und diese Industrie, in der wir uns heute befinden, Ladeinfrastruktur, funktioniert eben nach völlig anderen Regeln. Also wenn wir das Ziel erreichen wollen, dass wir bis 2030, also das ist ja das Ziel, 15 Millionen Elektroautos rumfahren haben, dann müsste eigentlich wöchentlich, müssten wöchentlich 2000 Ladesäulen entstehen. Status quo sind allerdings nur 250 Ladesäulen. Siehst du da eine Perspektive? Das frage ich als Elektroautofahrer. Ja, also die 2000 Ladesäulen ist ganz interessant. Das ist ja eine Position, die mittlerweile sogar der VDA vertritt. Also Automobilwirtschaft weiß mittlerweile, 2035 wird es keine Verbrenner mehr geben. Es werden keine neuen Verbrenner mehr verkauft in der Europäischen Union, präzise gesagt. Und deswegen wird die gesamte Industrie sich bis dahin auf Elektromobilität umstellen müssen. Und was ist jetzt der Ansatz von euch als Firma? Also ihr zum Beispiel sagt ja jetzt nicht, wir müssen jetzt überall Hypercharger hinbauen, sondern ihr verfolgt ja eigentlich einen komplett anderen Leitfaden. Ja, also das Schöne ist ja erstmal am Thema Ladeinfrastruktur, es ist quasi the land of golden opportunities. Du hast eigentlich einen riesigen Markt, der jetzt gerade entsteht. Und es gibt momentan, das wird sich auch in den nächsten zehn Jahren aus meiner Sicht nicht ändern, keine wahnsinnig starke Wettbewerbssituation, weil erstmal an allen Ecken und Enden was völlig Neues aufgebaut werden muss. Also es werden gerade Claims abgesteckt, der Markt wird verteilt. Dann hast du auf der einen Seite halt eben die von dir genannten Hypercharger. Du hast also, Tesla hat es ja vorgemacht, Supercharger heißen sie bei Tesla. Andere Hersteller haben andere Namen dafür. Aber im Prinzip geht es ja um dieses Laden entlang der Autobahn, Schnellladen. Das ist ein Thema. Wir werden ja auch oft danach gefragt, ist das Wettbewerb für euch? Und da sage ich ganz im Gegenteil, ohne Tesla, ohne den Supercharger, ohne Ionity, ohne das Schnellladen wird es uns gar nicht geben. Weil ich als Autokäufer ja primär erstmal das Interesse habe. Ich will in jedem Fall auf der Langstrecke, egal wo ich hinfalle, laden können. Reichweitenangst ist ja ein deutsches Wort, was sich mittlerweile international durchgesetzt hat. Nummer eins in Sachen Elektromobilität. Genau, ganz genau. Die German Angst, die deutsche Angst, der ist also international bekannt. Und wir brauchen auf der einen Seite diese Schnelllade. Auf der anderen Seite brauchen wir auch ganz, ganz viel sogenanntes langsames Laden. Also Destination Charging, Laden am Zielort. Und dieses Laden am Zielort ist eben unser Thema. Was wir machen, ist, wir rechnen ab. Also überall in der Hospitality zum Beispiel, nehmen jetzt große Ketten wie Motel One, die unsere Kunden sind. Oder eben große Immobilienfonds wie Union Investment. Wo auch immer die im öffentlichen, halböffentlichen Bereich laden und abrechnen, anbieten müssen für ihre Kunden. Es wird mittlerweile eben nachgefragt durch die Mieter, durch die Gäste. Da sind wir die Richtigen. Und darauf haben wir uns spezialisiert. Wo kriegen wir denn, wenn wir sagen 2030 15 Millionen Elektroautos, den ganzen Strom her? Findest du, dass die AKWs weiterlaufen sollten? Oder wie soll man das bewerkstelligen? Weil alle reden immer über den Zusammenbruch des Stromnetzes, wenn alle Elektro fahren. Ja, das kenne ich natürlich schon seit mittlerweile 15 Jahren, dieses Problem. Weil als damals die ersten Solaranlagen installiert wurden, auch jeder, der das Thema ernst genommen hat, die Befürchtung hatte, dass das Stromnetz eben diese zusätzliche Last nicht ausgleichen könnte oder kompensieren kann. Worum es grundsätzlich geht im Stromnetz, ist ja Frequenzschwankungen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eben einen Verbraucher, den ich schwer kalkulieren kann. Scheint die Sonne, kriege ich Energie. Scheint die Sonne nicht, habe ich keine Energie. Und dieses Problem zu lösen, und das finde ich ja gerade so spannend an der Verkehrswende, jetzt habe ich zum ersten Mal eben, das gab es vor 15 Jahren nicht, habe ich jetzt im großen Stil Pufferspeicher, und das sind Fahrzeuge am Ende der Tage. Und dieses Fahrzeug ist ja erstmal ein riesiger Speicher, ein mobiler Speicher. Da sage ich das ja fantastisch. Den können wir doch nutzen, um die Energie, die aus diesen fluktuierenden Erzeugern, sei es jetzt Wind oder Strom kommt, erstmal zwischenzuspeichern. Und wenn der zwischengespeichert ist, kann ich den Strom ja auch wunderbar verwenden, um das Netz zu stabilisieren. Also hätte er Vehicle-to-Grid, was er nicht hat. Und das haben letzten Endes die meisten Elektroautos ja nicht. Also Vehicle-to-Grid wäre ziemlich praktisch eben, dass ich sage, ich lade Solar und muss nicht extra noch einen Speicher kaufen, sondern habe den Wagen als Speicher und nutze das dann so oder für das öffentliche Stromnetz. Aber das geht halt nicht, ne? Noch nicht. Also auch da die Technologie entwickelt sich ja rasant weiter. Das heißt, die nächste Generation von Fahrzeugen. Es gibt Industriestandards mittlerweile, die genau dieses Thema eben aufgreifen. Es gibt eine ISO-Norm, 15118 heißt die ja, die besagt im Prinzip im Kern, dass diese Einspeisung, Rückspeisung von Energie ins Netz irgendwie normiert und standardisiert werden muss, damit genau dieses Problem adressiert werden kann. Und diese Lösungen, die sind grundsätzlich technologisch verfügbar. Und die werden im nächsten Schritt, und das ist das Interessante daran, werden im nächsten Schritt dazu führen, dass auch das Fahren eines Elektroautos günstiger wird, weil du auf einmal eine neue Erlösquelle hast. Wie elegant wäre das, wenn du und ich jetzt unser Auto nehmen könnten als Pufferspeicher und wir würden am nächsten Tag Geld dafür kriegen, dass wir eben bestimmte Lastspitzen abgedeckt haben durch die Bereitstellung unserer Energie. Wenn es so weitergeht wie jetzt, und du bist ja viel mehr dran an dieser perspektivischen Quelle, glaubst du, dass das Stromnetz das wuppen können wird, wenn wir diese 15 Millionen Elektroautos schaffen sollten? Also ich glaube fest daran, dass es auf der Ebene des Stromnetzes Lösungen gibt. Ich sehe ein ganz anderes Thema, nämlich die Installationskapazitäten. Ich kann jedem nur empfehlen, sich heute um einen Ausbildungsberuf zu bewerben, weil du wirst in diesem Leben, in dieser Generation ganz sicher nie mehr ein Jobproblem haben. Es ist Wahnsinn. Wir brauchen so viele Leute, die wirklich am Ende diese Projekte umsetzen. Handwerker, Elektriker, Bauarbeiter. Es gibt ganz, ganz viele Ebenen, wo wir momentan ein Defizit sehen. Corona hat da natürlich auch einen Beitrag geleistet. Viele Leute sind auch abgewandert, muss man ganz klar sagen. Zurück in die Heimatländer. Also wir haben gerade im Baubereich, Baugastronomie, haben wir ein Riesendefizit, ein qualifizierter Personal und da sehe ich eher das Thema. Gar nicht so sehr bei den Stromnetzen. Da bin ich technologiegläubig und denke, wir werden Lösungen finden. Aber es ist natürlich so, dass die Elektromobilität vor allem momentan daran krankt und da kann man auch niemandem jetzt den schwarzen Peter zuschieben. Das Land ist einfach nicht vorbereitet auf diese neue Herausforderung, sagen wir mal so. Und wir müssen auf verschiedenen Ebenen Anpassungen durchführen. Da ist die Bundesregierung auch dran, muss man auch fairerweise sagen. Es ist nicht so, dass die Politiker das nicht sehen würden. Aber es ist ein komplexes Problem. Also was meine ich damit? Wir müssen die Regulierung anpassen. Wir haben in Deutschland 900 lokale Netzbetreiber. Das sind kleine Fürstentümer im Prinzip, die ihre eigenen Regeln schaffen, Netzanschlussbedingungen. Also es gibt eine ganze Reihe von Regeln, die harmonisiert werden müssten. Das ist natürlich ein Kraftakt. Dann bei den Förderrichtlinien brauchen wir einfach effiziente Verfahren. Wir gehen eben davon aus, dass alle Fördermittel, die von den Menschen beantragt werden, am Ende kriteriengerecht werden müssen, die normalerweise für Großkonzerne ausgelegt sind. Können die Leute nicht, wollen die Leute nicht. Also es scheitert in Deutschland nicht daran, dass wir das Geld nicht hätten oder den Willen nicht hätten. Also es ist wirklich so, dass Verwaltung und Politik ein Stück weit stärker synchronisiert werden müssen. Und dann glaube ich, haben wir als eines der wenigen Länder überhaupt alle Voraussetzungen, um diese Verkehrs- und Energiewende zu bewerkstelligen. Ich sehe da sehr, sehr viel Positives in Deutschland. Aber ja, wir müssen dranbleiben und müssen eben auch den Rahmen verändern, weiter dynamisch gestalten und auf diese speziellen Herausforderungen anpassen. Vielen Dank, Konstantin, für diese Einblicke in diesen Bereich und natürlich auch deine Einschätzung, als jemanden, der direkt an der Quelle sitzt. Du fährst ja auch Elektroauto. Mittlerweile fahre ich gar kein Auto mehr. Gar kein Auto mehr? Umso spannender, bei euch in der Sendung eingeladen zu sein. Aber ich habe tatsächlich vor zwei Jahren ein Experiment gestartet. Ich habe drei Kinder und verzichte seitdem komplett auf ein eigenes Fahrzeug. Würdest du gerne schnell fahren, hättest du? Bist du gerne schnell gefahren? Also verstehe mich nicht falsch, Chris, abschließend dazu vielleicht. Ich bin ganz lange Tesla gefahren, gebe ich auch gerne zu. Ich habe eines der ersten Model S gehabt, die damals nach Europa kamen und finde solche Technologien unglaublich spannend. Dieses Experiment, auf das Auto zu verzichten, hat einen anderen Hintergrund. Ich glaube einfach, wir sollten die Fahrzeuge, die wir zur Verfügung haben, einfach intensiver nutzen. Darum geht es mir. Und ja, wenn ich ein Elektroauto fahre, dann macht es mir auch sehr viel Spaß, dass es eben sehr gute Fahrwerte hat. Insofern, also bitte, stell dir eine Frage. Absolut, klar, natürlich. Also ja, dir macht das Schnellfahren, also Spaß gut, wenn man Tesla fährt. Kann es ja auch nicht nicht Spaß machen. Dann wird dir nämlich vielleicht das folgende Auto auch sehr gut gefallen. Nämlich ein Auto, das nicht aus dem Hause mit dem T kommt, sondern aus dem Hause KIA, nämlich Kia, mit fast 600 PS der Kia EV6 GT. Und genau den haben wir mal auf der Rennstrecke mit Laura tanzen lassen. Ich bin sehr gespannt. Vor einigen Monaten habe ich mit Rennfahrerin Laura Marie Geisler diskutiert, ob der Kia EV6 ein echter Sport-SUV für die Familie ist. Allerdings sind wir schon beim Namen gescheitert. Ich habe nämlich das erste Mal gedacht, also wie ich ihn gesehen habe, dass da nicht Kia steht, sondern K-N. Ich konnte es mir überhaupt nicht zuordnen. Ich habe mir gedacht, was ist das jetzt? Was kam da jetzt schon wieder auf den Markt, was ich verpasst habe? Aber gut, es ist Kia. Ich finde es cool, also es ist minimalistisch gehalten. Es ist auch viel wertiger als das vorher. Ja, finde ich auch. So dieser Wappen, das sah furchtbar aus bei Kia vorher, finde ich. Vom Design sehr muskulös, extrovertiert. Also einerseits super cool, andererseits denke ich mir jetzt schon großes Auto-SUV. Also ich würde auf jeden Fall mal nachfragen, ob das so eine kleine Familie noch im Hintergrund ist, was du mir beichten musst. Kannst du bitte den Kindersitz endlich reintun? Stichwort Familientauglichkeit. Mal schauen, wie das geht mit dem SUV. Wie lange brauchst du noch? Boah, so eine Scheiße. Wenn ich mir jetzt hier gleich noch den Kopf anhau, ich raste aus. Also das zum Thema dieses System. Es ist absolut, also absolute Fehlkonstruktion. Ich bekomme diesen Scheißbügel da nicht rein. Mir platzt gleich der Kragen und es ist auch scheiße eng hier drin. Ich habe keinen Bock mehr. Schatz, bitte, die Koffer noch. Wir müssen echt los. Boah, wie wäre es, wenn das einfach selber macht. Der Kia ist 4,70 Meter lang. Also klassisches Kombimaß. Und es passen auch noch zwei größere Koffer in den Kofferraum. Familiencheck erledigt. Es ist ein Mix. Es ist ein Mix. Es ist ein Mix aus schnellem Auto irgendwie. Es ist sehr aerodynamisch gestaltet und halt dann doch SUV-Familienwagen. Ich finde die Rundungen wirklich toll. Sieht einfach wirklich gut massig aus. Und das Matte, das ist halt geil. Fast das macht an, wie toll das ist. Auch wenn es kalt ist. Der Kia EV6 ist eine gelungene Abwechslung zu den üblichen Fahrzeugen auf der Straße. Kurze Überhänge und ein Radstand von 2,90 Meter lassen den Wagen sehr gestreckt wirken. Die Basis teilt er sich mit dem Hyundai Ioniq 5. Beide stehen auf der Electric Global Modular Plattform. Der EV6 ist aber deutlich sportlicher ausgelegt. Seitlich hat er ein bisschen was vom Urus. Dann gehst du hinter und ich finde, dann hat er was von der Lichterleiste von so einem Aston Martin. Urus, stimmt. Aber es ist auch krass, dass die Heckleuchte auch direkt die Abrisskante ist. Also direkt als Spoiler-Dienst. Es ist super aerodynamisch gestaltet, aber auch hier die ganzen Lufteinlässe. Also dafür, dass es ein Elektroauto ist, ist es sehr aerodynamisch gestaltet. Und das ist halt das Coole. Ja, gerade weil es ein Elektroauto ist, gestalten sie ihn ja aerodynamisch. Aber ich finde es gerade eben nicht zu sehr so, hey, ich bin ein Elektroauto, ich muss unbedingt wahnsinnig effizient sein. Sondern es ist halt so, hier, hast du Bock auf was Schnelles, was auch muskulös aussieht? Ja, hat auch Backen und alles. Genau, hat auch Backen. Also, ab auf die Straße. Die Daten sind mehr als überzeugend. Wir haben hier die 325 PS Variante mit Allradantrieb und 77 Kilowattstunden nutzbarer Batteriekapazität. Los geht's beim EV6 allerdings schon mit Heckantrieb und 170 PS. Dann ist allerdings der Akku deutlich kleiner. Dafür startet er schon bei rund 35.000 Euro inklusive der E-Prämie. Ist das ein Sportwagen in deinem Auto? Ist das ein Sportwagen? Gute Frage. Also, ich sitze gerade das erste Mal drin. Ich finde, vom Fahrgefühl ist es super direkt. Er nimmt das Gas gut an. Also, er beschleunigt wie Sau, um es mal auf den Punkt zu bringen. Was ich auch total entspannt finde, ist mit der Rekuperation. Das heißt, genau, dass wenn ich vom Gas gehe, dass es mir nicht direkt einen Stempel reinhaut, beziehungsweise, dass ich das ausstellen kann. So hat man eigentlich ein normales Rennamfahrgefühl. Du fährst jetzt ohne. Ich fahre gerade ohne. Was sagst du zur Geräuschlosigkeit? Also, ich meine, du hast ja... Das ist ja das Feedback für dich. Gangschalten, ne? Natürlich ist es komisch, diese Schaltvorgänge nicht zu haben. Ja, für Laura ist Elektroautofahren immer noch eine starke Umstellung. Aber ein bisschen schwankt da schon, ne? Ja, das ist heftig, was hier gerade passiert ist. Hast du es gemerkt? Ja, ja, klar. Also, irgendwie klebt er, aber das ganze Auto bewegt sich einfach vom Fleck. Also, es ist nicht so, dass so irgendein Heck kommt, wie beim normalen Auto, halt auch von Rate & Balance. Sondern dieses ganze Auto macht einfach als Klumpen einen Schritt zu rechts. Als Klumpen, ja, ja, ja. Also, es ist ein total komisches Gefühl. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich in so einer Situation machen würde, wird der Kübel wirklich anfangen zu rutschen. Wie fängt man sowas? Tauschen wir mal die Sitzposition. Jetzt darf ich mal ans Steuer. Ich finde, man kann Verbrennerfahrer nicht rüberholen in die Elektromobilität, wenn sie es nicht nur nicht versucht haben, sondern wenn sie kein Angebot haben. Also, so ein Auto, das so 130 oder 150 fährt auf deutschen Straßen, ist halt nicht so das, was die Leute catcht. Und der hier fährt 185 immerhin. 350 Kilometer kannst du mit dem schon schaffen. Wenn du aber flotter fährst, du eher schon unter 300. Ein E-Auto muss im Alltag überzeugen und da liegt die Stärke des EV6. Du hast hier Abstandsregeltempomat, du hast Fernlichtassistent, also Matrix-LED-Scheinwerfer tatsächlich, geiles Soundsystem, also so fürs Radiohören zum Beispiel, Wireless Charging. Hast halt alles mit an Bord, was du halt einfach auch auf die Langstrecke brauchst. Ein Minuspunkt beim Kia EV6 ist, was ich bei dir jetzt sehe, wenn ich jetzt sagen würde, komm Laura, fahr bitte nach Berlin mit dem Auto. Er hat keine Laderoutenplanung, so wie mein Auto zum Beispiel. Da diktierst du das Ziel und er plant dir die Säulen, das macht der hier aktuell nicht. Also du musst dann selber so, wenn du merkst, okay, ich habe wenig, so Ladesäule in der Nähe suchen. Wie schneidet der Kia EV6 an der Ladesäule ab? Was man wissen muss bei dem Auto, es ist eines der am schnellsten ladenden Autos überhaupt auf dem Markt. Es hat nämlich ein 800 Volt Ladesystem, das hat normalerweise nur der Porsche Taycan und der Audi e-tron GT und der Konzernbruder der Hyundai Ioniq 5. Und damit kann er über 200 kW ziehen an einer Ladesäule, die natürlich dafür geeignet ist. Und das heißt, ihr seid laut Angabe von Kia in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Also man sollte ja bis 80 Prozent laden bei so einem Auto, weil über 80 Prozent wird der Ladevorgang langsamer. Es lohnt sich nicht, diese Zeit zu warten. Es ist besser zum Beispiel von München nach Berlin zum Beispiel, wenn wir diese Strecke nehmen, zweimal kurz zu halten als einmal sehr lang. Macht sonst keinen Sinn. Im Sommer funktioniert das auch immer sehr gut, im Winter muss man ein bisschen mehr Zeit einplanen, aber nur marginal. Und das ist, finde ich, schon ein guter Wert. Damit kann man arbeiten, wenn man jetzt nicht so ein Durchfahrer ist wie du. Also der Kia EV6 lässt es auch noch an der Ladesäule nicht anbrennen, sondern liefert gute Leistung und ist damit eines der Top-Autos tatsächlich an der Ladesäule. Aber zum Verbrenner natürlich ein bisschen langsamer. So, ich gehe jetzt aufs Klo. Alles in allem überzeugt der Kia EV6 in Sachen Platz, Ladetechnologie und auch Fahrspaß im Alltag. Eigentlich hätten wir mit dem Kia EV6-Beitrag hier enden können. Doch ein paar Monate später kam dann ein Anruf des Herstellers. Die machten mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Mehr, vor allem mehr Reifenquietschen, das werdet ihr sehen. Gibt es gleich nach der Werbung. Also ihr wisst schon, dranbleiben. Willkommen zurück bei CarManiac. Wer nicht erst gerade jetzt zugeschaltet hat, weiß, wir haben schon vorhin, also Laura und ich, den Kia EV6 auf Herz und Nieren getestet. Aber für Fahrdynamiker ist das vielleicht ein bisschen zu soft mit der Abstimmung, gerade wenn es um Lastwechsel geht. Aber Kia hat direkt eine schärfere Variante rausgehauen vom Kia EV6, nämlich die GT-Variante. Und die solltet ihr nicht unterschätzen, gerade wenn ihr in den Sportmodus schaltet. Deswegen haben wir das Ding mal geschnappt, dieses Mal ohne Winterjacke und sind zusammen mit Laura auf die Teststrecke gefahren, um mal zu gucken, was das Ding eigentlich kann. Und das kann viel. Eigentlich hätten wir mit dem Kia EV6-Beitrag hier enden können. Doch ein paar Monate später kam dann ein Anruf des Herstellers. Die machten mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Es ist das stärkste und schnellste Auto, das Kia jemals auf den Markt gebracht hat. Und dann gleich richtig heftig. Dieser Wagen spielt in der absoluten sportlichen Oberliga mit. Zumindest sagen das die Zahlen im Fahrzeugschein. Das Auto hat immerhin 270 kW an der Hinterachse und vorne nochmal 160 kW. Aber das ist nur Theorie. Was kann das Auto auf der schnellen Runde? Jetzt sind wir in der GT-Variante des Kia EV6. Stopp, 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 geh vom Gas. Das ist die Flasche. Heb sie mal auf, sonst rutscht sie unter das Bremspedal. Und dann haben wir eine richtige Arsch-Banane. Das war meine. Ja, aber dass sie von hier da rüberfliegt, Mann. Ja, ist klar. Also das Ganze nochmal von vorne. 585 PS und ich bin gespannt, was Laura zu der Performance sagt, ganz speziell zu den Komponenten. Allerdings geht mein erster Versuch, den Wagen Laura schmackhaft zu machen, gleich zu Beginn in die Hose. Hörst du den Sound? Das ist doch was für so Verbrenner, Mädels, wie dich. Ja, wieso? Der macht einen Sound, hörst du? Ja, aber das hört sich wie so ein Dyson an. Was? Okay, beim Sound ist Laura noch sehr kritisch. Doch nach der ersten Runde kommt schon sowas wie Sympathie für den Kia auf. Laura, du hast bemängelt beim normalen EV6, dass er schwammig ist. Habe ich auch bemängelt, so bei Lastwechseln, wie ist es hier bei der GT-Variante. Du kannst es sehr dynamisch einstellen, steinhart einstellen. Es gibt ein eigentlich ein sicheres Fahrgefühl. Du sitzt gut im Auto, obwohl es ein großes Auto ist, ein SUV ist. Du hast Platz, aber bist trotzdem kompakt drinnen. Viele kleine Details verraten, dass hier die Power-Variante des EV6 unterwegs ist. Kleine aerodynamisch angepasste Anbauteile zum Beispiel oder die giftgrünen Stopper mit einer 38 cm großen Bremsscheibe. Grün steht beim EV-GT für Emotion. Sitze, Lenkradnaht und dieser kleine grüne Knopf sagen, ich bin anders als meine Brüder und Schwestern aus dem Showroom. Der Kia EV6 GT hat verschiedene Setups, welche sich über die Taste am Lenkrad anwählen lassen. Von Hallo, ich bin ein normales Elektroauto bis hin zu Jetzt lass mal jucken. Das ist hier das ganze Setup hier in grün. Sieht fast aus wie Eco-Modus. Ist es aber nicht. Von 0 auf 100 geht es in 3,5 Sekunden. Brutal. Und die Bremsen fühlen, also ich bremse jetzt gerade nicht, sondern du, aber es fühlt sich echt gut an. Solide, ne? Mitverantwortlich für den sportlichen Change bei der Marke ist Albert Biermann. Er kommt von der BMW M GmbH, also der Sportabteilung von BMW und ist dann zur Hyundai Motor Group. Inzwischen ist er zwar im Ruhestand, aber als technischer Berater gibt er immer noch seine Expertise an den Autokonzern weiter. Kia macht diese ganzen Sachen selbst. Also sie haben das Fahrwerk nicht eingekauft, die Bremsen nicht eingekauft vom Brembo oder Akenobo, sondern machen sie selber. Genauso wie die Sitze. Das sind keine Recaros, auch wenn sie so aussehen. Also sie machen sehr viel so Inhouse-Geschichten. Erstaunlich. Du hast nicht das Gefühl, wie wenn du im Kia sitzt. Die Beschleunigung ist ja immens, dies brutal. Das spricht für jedes E-Auto. Aber das dann noch mit einem guten Fahrgefühl und einer guten Dynamik auf die Strecke zu bekommen, ist, glaube ich, so die Kunst an einem E-Auto. Und das haben sie gut hinbekommen. Also es fühlt sich nicht schwammig an, es fühlt sich nicht zu weich an, nicht zu fest. So viel Lob von einer Rennfahrerin für einen Elektro-GT? Ich muss zugeben, mir kribbelt schon der rechte Fuß. Höchste Zeit, dass auch ich mal hinter das Steuer komme. Boah, drückt der vorwärts. Jesus. Der ist ja gut. Der ist ja richtig gut. Also es ist schon echt eine Fahrmaschine. Du leck mich am Arsch. Merkst du, du bekommst gerade richtig Bock? Ja schon. Also der ist doch wirklich, er ist echt gut, Mann. Du lächelst mich an, als hättest du den gebaut. Ja. Es ist nicht nur die reine Power von 740 Newtonmetern Drehmoment. Das Auto wurde auch auf dem Nürburgring abgestimmt und diese Feinarbeit an der Abstimmung ist deutlich zu spüren. Und schau mal hier, das finde ich cool, dass du hier so drauf latscht und dann kommt er schon, verstehst du? Und dann musst du halt damit leben, dass er driftet oder so. Aber er nimmt dir nicht die Power weg, also er bevormundet dich nicht. Auch hier so zack. Boah, der ist richtig gut auf dem Track, findest du nicht? Ja, das ist es ja. Ich habe auch zuerst mal das Gefühl, das Auto macht einfach, was du willst und nicht, was das Auto will. Bei den anderen Autos hatte ich immer das Gefühl, dass die einfach gemacht haben, was sie wollten, was in dem Moment das Richtige zu sein scheint. Und das ist halt einfach, wenn du noch in der Kurve eingelenkt bist, das Gas nicht anzunehmen, um Drift eben zu ersparen. Aber das Auto sagt sich, go for it. Ich mache, worauf der Fahrer Bock hat. Das Fahrwerk ist ganz ehrlich eine Wucht. Wuhu! Boah, das ist ja mal ein Underdog, oder? Ja. Alter Schwede! Also, da merkt man nichts von SUV und nichts von Kia. Also, ich muss, nichts von SUV, nichts von Kia, hast du genau richtig gesagt. Und ich muss sagen, wir sind hier schon ein paar Autos gefahren. Ich finde, der hier hat mir bislang tatsächlich am allermeisten Spaß gemacht. Ich rede jetzt nicht über Zeiten und sowas, da haben wir nichts, sondern einfach so von dem, dass du sagst, okay, wenn er kommt, kommt er und dann musst du ihn fangen. Also, dieser Spaßfaktor, weil es ja kein Rennwagen ist, ein Gran Turismo, aber den Spaßfaktor kannst du hier so voll ausreizen, weil er einfach auch beim Lenkwinkel nichts rausnimmt, sondern sagst du, hey, du musst wissen, kannst du damit leben, dass es dich querstellt oder nicht? Deine Sache. So, mit dem GT-Modus. Das ist einfach ein Auto, was das macht, was du willst. Die neuen Autos meinen, dir sagen zu müssen, wie du zu verhalten hast, was richtig ist. Das Auto sagt, nö, mach du mal, Freundchen. Ich hab die Leistung, du hast das Wissen. So, und das ist geil. Ja, gar keine Frage, der Kia EV6 GT ist eine der schärfsten Waffen im Elektrosegment und auch sehr wichtig für die Elektromobilität, denn wir müssen nicht nur an die Pragmatiker denken, sondern an die Emotionsmenschen, die nicht fahren, um mobil zu sein, sondern vor allem fahren, um zu fahren und ein Auto erleben wollen und für ihren potenten Verbrenner natürlich auch einen adäquaten Ersatz brauchen. Und das ist der Kia EV6 GT allemal. Vor allem denken wir an Trackdays, wo es dann auch mal über 260 geht mit dem Auto und man nicht bei 180 abgeriegelt ist, so wie bei vielen anderen Elektroautos. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an the man at the turntables, Axel, hier around Munich. Und an euch natürlich, dass ihr mit dabei wart hier wieder. Und wenn ihr euch entscheiden solltet, das nächste Mal wieder mit dabei zu sein, werdet ihr es garantiert nicht bereuen. Ciao und Servus. Ciao und Servus.